So let's go ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zu... Rück... zu Rage, genau. Das hab ich vollkommen vergessen. Ich bin... ruhig... still... und... Hoi. Hoi. Oh... Oh... Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, es ging jetzt ab. Oh, er redet mit mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ging jetzt ab, ey? Los, los, los. Ja, komm her, ha? Wie wär's? Ja, jetzt hab ich... oh, 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 oh. Oh. Blute. Okay. Oh mein Gott. Jetzt muss ich... Oh. Oh. Äh, hallo? Ist hier jemand? Danke. Verdammte Hacke. Oh mein Gott, was... Dankeschön. Oh... Hopala, Entschuldigung. Ich hab mein Blitz schon angerotzt, ja. Hier bin ich schon fast. So. Dankeschön, Dankeschön. Ich hab von euch schon alles gut genommen, was ich brauche. Ja. Gut. Dann heißt es jetzt... Äh, auf zurück, oder? Wo geht's hier zurück? Ach ja, genau, da oben. Oh mein Gott. alles klar alles klar das hat sich gar nicht gut angehört das hat sich gar nicht gut angehört wo ich jetzt sind darunter wahrscheinlich ich bin letztes mal von daher kommen jetzt hier runter ich verstehe alles okay wirklich bis jetzt vielleicht gleich nicht mehr alles doofen lachs dosen lachs dosen das ist nicht gut angehört wo ist hier was da ist noch einer so was jetzt eine mp-granate hoberleiter erst mal so fern ach ja auf ostern hier euch alle da draußen an den heimischen rechnern haben wir schon wieder ostern hier mei o mei o mei was zum ich jetzt darüber log Uh, Lock. Hä? Forschungsergebnisse. Oh. Oh, oh. Hab ich was? Nein, ich hab was Böses gemacht. Ich hab was Böses gemacht, oder? Oh. Open. Ha! Cool. Yay. Fett hier. Iiih, was auch immer da unten ist. Gut, wir gehen jetzt hier raus. Schmeißen da einmal eine Naht rein. Danke. Perfekt. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ah, okay, okay. Oh mein Gott. Ziel ist unten. Na, super. Ach. Oh mein Gott. Okay, ich hab nicht meine Bandagen gefunden. Super, ich war hier zu lang sein. Los. So. Was? Ah, ah Gott. Ja. So schnell kann's gehen, dass man hier einfach mal alles, äh, wegdoelt. Hallo? Oh, ist hier irgendwas? Böde. Na dann, komm, wir wieder. Geht. Okay, wo muss das denn? Oh, das ist gar nicht gut erklärt. Hä? Irgendwas Böses? Alter. Ich glaub, ich muss hier nicht hoch. Hier muss ich nicht hoch. Sag mal, wo ich denn hin? Ich hab schon keine Hähne. Oh, natürlich. Natürlich. Na, oh, nein. Nicht wieder so ein Riese. Nein, nicht wieder so ein Riese. Oh, nein. Nicht schon wieder solche Viecher. Ha. Okay. Sieht alles gut aus. Sieht alles ganz gut aus. Ah. Ah. Ah, natürlich. Ich dumme Arscher. Ich dumme Arscher. Hier ist doch nichts, oder? Ist hier was? Hallo? Grüezi. Lüle. Hier ist doch niemand, oder? Hm. Wunderbar. Gut. Oh, 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 oh. Da ist ein Sniper. Schau, dass du das gesicht hast. Ja. Und zwar. Und. Oh. Das hört sich gar nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Oh, nein. Das hört sich gar nicht gut an. Hört sich nichts. Null gut die an. Oh, da war doch wer, oder? War da nicht wer? Ha. Anscheinend nicht. 15 MG Munition. Ja, so machen wir das. Aber hier unten. Ich könnte doch... Oh, oh. Oh, Gott. Ja, da unten ist was. Ah. What? Ne, 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 ne. Ah, dankeschön. Ha, ha. Ich meinte natürlich... Oh, oh, nicht gut, nicht gut. Wie? Ist aber nicht gut. Oh, doch, natürlich. Ist das gut. Ha, ha. Okay. Stahlklingen. Ah, hier geht's runter. Ah, hier geht's runter. Natürlich. Hier geht's runter. Und? Hier war doch mal letztens eine Karte. Könnte ich... Ich könnte schwören, hier war eine Karte. Oh. Oh, oh, oh. Meint ihr, meint ihr, meint ihr? Meint ihr, es geht? Ja, ich könnte schwören, hier war eine Karte. Oder so. Ja, so eine Spielkarte. Lag hier, oder hier, oder da, oder da irgendwo. Oh, Mann, nö. Okay, warte, wir probieren das jetzt mal. Okay, das war... Äh... Meint ihr, das bringt irgendwas? Nö, das bringt irgendwie gar nichts. Ach, wahrscheinlich kann ich dann hier so reingehen. Ah, okay. Okay. Naja, ist ja wurscht. Okay, dann gehen wir jetzt wieder hoch. Schade, ohne Karte, ohne Sammelkarte. Naja, ich zock den sowieso gottvoll ab. Den Typ. Sowieso Wurst. Oder war hier die? Nö, 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 nö. Die war garantiert nicht hier. Ah, schon wieder so Scharfschütz, ne? So Möchtegern Scharfschütz, siehst. Ich meine, sie können's, aber ich fahre die Nase, ne? Ah, wo sind sie? Okay. Ah. Jetzt gleich hier. Ey, das hört sich an, als ob er hier direkt mal neben mir ist. Will ja nur sagen. Äh, wo ist er jetzt? Oh. Oh, oh. Oh, nein, nein, nein. Okay. How about... Ach so, da sind schon wieder solche Dinge, solche Geschöpfe. Na dann. Ich freu mich schon. Okay, wir laufen jetzt einfach durch, oder? Oh, nein. Oh, nein. Okay. Das war ein. Ach, gut. Dann, äh, laufen jetzt einfach. Die laufen jetzt einfach. Oh, mein Gott. Oh, das ist nur ein... ...Traum. Ja. Okay. Ah. Sonst ist ja nix, oder? Oh, ich bin wieder hier. Oh, oh. Oh. Habt ihr den gesehen? Nein, 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 nein. Der geht auf. Das ist so ein... ...Freunde, wie man sagen. Ich bin auf 12 Uhr. Brauche ich auf den Ausklären. Das ist so ein Riesen. 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 Ja. Okay, 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 okay. 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 Ja, ja. Jetzt ist es so ein Riesen. tot ich von ihm zwei drei strotten die krieg ich gleich wieder die verteilungspolitik ist ja echt für ein Pover ich muss hier nie mehr hin weil die stadt die äzt übel ja die äzt übel nachher jetzt gibt es hier wieder fett fette street owning mit meinem fetten car dafür der Slang 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 Habt ihr das gesehen? ja ja schon so so adios ey ey so so ich hab den Flos da gefunden oder so oder nicht die Leute wollen sich das jetzt noch machen oder fahrne ne ich geh nur irgendein Gesprächsthema damit es nicht nachher ist ob 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 und schon wieder eine boil eingefahren muss einfach sein es geht nicht anders ne es geht nicht anders Ja, 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 verlassen. Dankeschön. Ach, Klappe. Ja, Romuchen. Äh, ich muss dann. Ja. Hm, hä. Warte, hab ich... Die Straßen müssen sicherer werden. Ach, verdammt. So. Na, 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 na. Na, na, ey, wo ist die andere? Du hast einen großen Pfund gemacht. Oh, wirklich? Jetzt kennen wir die tödlichen Pläne der Regierung. Das ist ein harter Schlag für sie. Okay. Und ein großer Tag für uns. Elizabeth hatte recht, was dich angeht. Ich muss ihr wohl zustimmen. Wo ist sie? Jetzt müssen wir uns verabschieden. Was? Elizabeth ist schon vorausgegangen und bereitet alles für unsere Ankunft vor. Mach dir keine Sorgen über das Zeug in der Garage. Das wartet auf dich. Was? Aber wir müssen los. Der Preis für deinen Kopf steigt, je länger du hier bleibst. Du bist hier einfach nicht sicher. Wo geht's jetzt hin? Geht's jetzt um Widerstands-Rompetenzen? Wir haben einen Störsender, der unseren Rückzug decken sollte. Wenn du auf unserer Seite bist, komm wieder, wenn du alles erledigt hast. Dann verschwinden wir. Also, können wir jetzt gehen? Äh. Der Störsender. Oh, zur Widerstandsbasis in Subwaytown. Ist ja fett, ey. Okay. Perfekt. Gehen wir. Ja, gehen wir. Eastern Wasteland. Uh. Das hört sich gefährlicher an. Oh mein Gott. Das sieht noch düsterer aus vorher. Und noch weniger Bock hier zu sein. Warum ist er mitten im Nirgendwo ein Schiff? Alter. What the fuck? Okay. Schön, dass du dich uns anschließt. Kein Ding. Die Regierung hätte dich sicher bald gefunden, aber du kennst sicher den Spruch, vom Regen in die Traufe kommen. Äh, ja. Na ja, willkommen in der Traufe. Okay. Ja, ich seh's. Irgendwie ist das nicht so einladend hier. Hm, nee, irgendwie nicht. Hab schon Besseres gesehen. Na, du bist ja nicht so gesprächig, Mann. Aber ist ja ne nette Maschine, muss ich sagen. Für mich gibt es nur eins. Die Regierung bekämpfen. Ja, okay. Und das ist so, seit meine Arche aufgetaucht ist und ich gesehen habe, was die Regierung tut. Ach, du bist so alt. Sowas hätte nach dem Asteroiden nie passieren dürfen. Unsere Regierung hatte einen guten Plan. Oh. Aber General Cross hat bloß die Zeitsteuerung der Archen verändert, in denen seinen leute waren. Das hat die Geschichte der Menschheit verändert. Okay. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es nicht für immer ist. Ey, ist ja voll die fette Auto-Cruising-Party-Ding. Huh. So. Und wir gehen da jetzt noch mal an. Muss aufs Klo. Oh. Es ist Crescent City, oder was davon übrig ist. Crescent City? Unsere Basis liegt genau darunter. Oh. Okay. Cool. Oh. So. Wow. Der Typ's Dings sieht ganz schön schmierig aus. Alles klar. Hier entlang. Okay. Dann machen wir kurz Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei Rage dabei seid. Mein Name ist Ben und ich sage für heute auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.